Also an dem Seminar bei dir fand ich besonders toll, dass man den Einblick in die Medien bekommt und Medien wirklich verstehen lernt. Also angefangen davon mit Kritik umzugehen, dass ich das wirklich auch beantworten kann, wenn kritische Fragen kommen. Ist was, was ich vorher noch nicht so gut konnte und da hat es mich wirklich vorangebracht. Oder auch Emotionen mit in die Stimme zu legen, zu zeigen, dass man mit im Thema ist und das macht wirklich Spaß da voranzukommen und das hat mir wirklich geholfen Medien zu verstehen.